Und er kam zu seinen Jüngern und fand sie schlafend und sprach zu ihnen, Könnt ihr denn nicht eine Stunde mit mir fachen? Wachet und betet, dass ihr nicht in Anfechtung fallet. Ihr Geist ist, will ich trauen, das Fleisch ist schwach. Zum anderen Mal ging er hin, hinterte und sprach, Mein Vater, ist es nicht möglich, dass dieser Kälte von mir bliehe. Ich trinke ihn, so gespiegelt ein Filme. Untertitelung des ZDF, 2020